Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Doubletree Royal Park Susten in den Niederlanden. Das Doubletree liegt in einer idyllischen Waldsiedlung, die zur Gemeinde Sust gehört. Es verfügt über 250 kostenfreie Parkplätze und ist als Spa und Erholungshotel mit eigenem Golfplatz konzipiert. Zudem bietet es auch für Tagungen entsprechende Räume mit Catering an und ist damit auch für Geschäftsreisende ein ruhiger Rückzugsort. Auch wenn die meisten Zimmer dieselbe Größe aufweisen, ist die Besonderheit der stylisch renovierten Deluxe Zimmer 114 und 108 der Blick auf den Golfplatz. Obwohl keines der Zimmer in diesem zweistöckigen Hotel eine wirklich schlechte Lage hat, ist ein weiterer Pluspunkt dieser westlich gelegenen Zimmer das warme Licht bei Sonnenuntergang. Neben der Tür ist ausreichend Platz für ein Trolley und ein Kleiderschrank mit einem sehr interessanten Reliefmuster. Das Hotel verfügt über einen Spa-Bereich mit Massage und einem Schwimmbad, sodass die Bademäntel im Kleiderschrank hier auch eine sinnvolle Verwendung finden können. Das Zimmer ist sehr großzügig geschnitten und geschmackvoll mit Liebe zum Detail eingerichtet. Der Arbeitsplatz findet sich gut ins Gesamtdesign ein. Und im Regal wurde versucht durch Dekoartikel, dem Raum Persönlichkeit und ein Gefühl von eigenen vier Wänden zu verleihen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Kaffeemaschine und Wasserkocher sind natürlich auch hier Utensilien, die zum Standard gehören. Auch beim Bett wurde auf Design und Bequemlichkeit geachtet und durch den Teppich darunter auf die kleinen und feinen Details. Der Blick nach draußen strahlt Ruhe und Entspannung aus. Und so lässt er sich auch draußen auf dem Balkon ganz gut aushalten. Zu guter Letzt noch das Bad. Und auch hier zeigt sich, dass mit Fläche in diesem Hotel nicht gespart wird. Auch die Duschkabine ist großzügig dimensioniert und hat einen Regenduschkopf. Wie im restlichen Zimmer wurde auch hier sichergestellt, dass Funktion und Design Hand in Hand gehen. Waschbecken und Armaturen sind nur eines von vielen Beispielen hier. Die Badewanne rundet das Zimmer ab. Neben dem gehobenen Restaurant hat das Hotel auch beim Abendprogramm einiges zu bieten. Im Untergeschoss befindet sich ein Barbereich mit gelegentlicher Livemusik. In verschiedenen Ecken des Raums sind Sitzgelegenheiten in Art und Design unterschiedlich und laden zum Entspannen ein. Wer doch mehr Action braucht, kann sich auch am kostenfreien Billardtisch die Zeit vertreiben. Egal ob im Restaurant oder im Zimmer, auch das Frühstück hier kann sich sehen lassen und ist sehr vielseitig. Bis bald! Für das DoubleTree Royal Park Susstynand gibt es natürlich 5 von 5 Diamonds. Das Hotel kann bei Lage, Design, Servicefreundlichkeit und Angebot von vorne bis hinten punkten. Wer Erholung sucht, ist hier genau richtig aufgehoben. für den Mögen der ganzen Sonnenfräura undпри dealung! Fertig! Wögel! 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 Wök! Wögel! Wögel! Wögel!